We are back on the road again. Ein paar Kobolde vernichten. Und Drachen anscheinend. Obwohl dir ein Komplex Mr. Kobold Revolver hält. Ich kann nicht verstehe. Sicher auch. Ich bin auch ein Kobold. Ah, schon bekannt. Eigentlich hat eine Axt zu mir geworfen. Das ist ein Gesicht. Sorry, dass du es anschauen musst. Der Kickface kennt gleich aus, bis der Kobold nicht anmalen. Ich muss durchhalten. Ich hasse dieses Ding. Don't push me off the map. Werde niedergeputzt. Oh, ein Badass. Oh, Pilzgefährte macht mich down. Ja. Pilzgefährte vernichtet Gegner. Nein. 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 Oh nein. Wiederbeleben. Witzgefährte. Nicht nochmal. Nicht nochmal werde ich dich verlieren. Keine 30 Sekunden. Ich probiere es zu mir. Wir haben doch kein Ziel. Cool, hier drüben. Oh, nicht runterfliegen nochmal. Oh, das ist ein cooles Lager hier drin. Durch diese Verwinkelung genommen. Da darf ich noch gar nicht hin. Da geht es erst später hin. Diese Kobolde werden vernichtet, das nächstes. Oder? Oh. Ich darf nicht so viel erkunden. Muss Effektivität zeigen. Heiliger Ogre. Ich werde dich heim suchen. Ja, ja, ja. In diesem Spiel gibt es extra viele Gegner dich. Heiliger Ogre. Die dich trash talken. Okay, der Heiliger Ogre ist einmal down. Lava kriege ich da. Nein, das passt. Direkt da unterhalb. Nichts gemacht. Ich weiß es auch nicht. Was lebt noch? Das haben wir schon angeschaut, das war nicht. Da ist es. Mein Glück. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Kann er das nicht? Da kann es geht schon. Warum nicht? Warum nicht? Das sehe ich gerade alles das gleiche. Kommt mir vor. Alles klar, Pilzgefährte. Alles noch dran. Alles noch dran. Alle Pilzteile. Was war das? Drachenflügel habe ich gelesen. Hopp, hopp, hopp. Und da füllt sich langsam wieder. Oh, das ist das gleiche. Oh, das ist das gleiche da. Dein Geld wird auch mitgenommen. Wo ist die gelbe Kugel? So, nicht wieder reinfliegen. Boom! Ich konnte von hier aus hören, wie das Ding sich gelöst hat. Gut gemacht! Wir sind gut gemacht! Woh! Das ist das wie das kommt. Ich kann das mal aus hören. Der was sagt, ist das nicht so. Oh, der ist das nicht so. Kann ich für die hier ausсыrenken. Wir sind doch mal schreibe. Bis zum nächsten Mal. Wir sind ja das nicht zu paralysieren. Okay. Der wird ja jetzt Zeit kommen. Der wird schon da drüben. Ich schätze, ich komme von der anderen Seite rauf. Ich will da nicht zu viel rumparcouren. Lieber mal da runterschauen. The low ground first, then the high ground. Rache. Servus. Mach da und das Ding. Ich habe schon lange keine gute Waffe mehr gefunden. Ich habe schon Pilz geklärt. Der hat mich angekürzt. Hallo? Nur weil ich im Bodenbeet gehe, keine Pilze. Heißt das noch lange, dass ich sie hören oder sehen will? Verdammt, Pilz geklärt. Moni. Mehr Drachen. Piu. Kein Mini-Zauber. Es regnet Blut. Wie viele von den Drachen kommen da noch? Muss ich in dem Gebiet drin bleiben oder was? Auch daneben. Oh, mal da. Da können sie dann auch spawnen. Was ist mit meinem Pilzgefährten in Ruhe? Unverschämt, diese Drachen. Du wirst für mich quiczen. Was? Ja, du holst gleich. Du wirst von Gast. Ich bin gekommen. Oh, Mann. Oh, pisse, 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 pisse. Ich habe schon mal hinter den Schleuer geblickt. Mach einen Kessel bereichern. Das war mein Freund. Mein Ding, mein Storwort. Zauber nur, was für Profi. Was? Du hast Zauber. Oh, Steinwurf ist nicht deine Stärke. Das ist keine tolle Idee, wahrer. Nein? Das ist nicht eine tolle Idee. Ganz und gar nicht. Das war es schon mit den Kesseln. Oh, mmh. Meine Augen. Meine Augen. Oh, das war gerade nicht schön. Das war zu sehr explosiv. Oh, violette Waffe. Komm schon, Flügsfaktor. Oh, mmh. Oh, mmh. Oh, mmh. Oh, mmh. Oh, mmh, 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 mmh. Ich fasse es nicht, dass du es geschafft hast. Das ist wie eine Kartoffel in Vorkanas Auspuffrohr. Ich glaube, Drachen haben kein Auspuffrohr. Oder meinst du sein? Nicht? Oh, tja. Ein weiterer Beweis, dass Vorkana ein falscher Gott ist. Ha. Oh, nur noch ein klein wenig. Und? Na also. Wir müssen uns jetzt wieder aufteilen. Du musst ein paar Schrengkobolde aufführen, die für Vorkana arbeiten und die Bomben stehlen, mit denen sie neue Bergbautunnel öffnen. Wir brauchen sie für den Kampf gegen Vorkana. Währenddessen suche ich den Unterschluss des Eiskönigs Pafferich, der sich unter dem Berg versteckt. Wir brauchen die Macht seines Eisherstes, um die Feuer des großen Ofens zu löschen. Der große Ofen ist da, wo die Trolle das Erdmeldung, das die verklavten Kobolde abbaut. Wenn wir ihn abschalten, verzieht ihre Primärquelle zu Erdmacht und Waffen. Ich habe einen Schaden gemacht. Ich bin, ich muss durchhalten. Ah! Filzgefährte! Ah, wir werden Wender zusammen sterben. Du und ich. Nein. Nein. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Ah! Filzgefährte. Die ist mir nicht zu weit entfernt. Wiederbelebung? Kein Problem. Ja. Ja, wir hätten doch nicht sterben müssen. Das machte... Wenn das alles immer noch nicht reicht, um mir einen Nasenring zu verdienen, dann wird es nie was. Jetzt wird dieser blöde Magenwind sehen, wer die echte Revoluzerin ist. Wer ist das? Oh, der ist der Schlimmste. Ein voll überheblicher Kerl, der ständig über Politik schwafelt, aber nie einen Finger dafür kommt. Aber nie einen Finger dafür kommt. Nie wieder! Und... Der trägt einen Schaden. Sogar drinnen. Ich bin immer noch nicht zu tun. Ich hab dich schon immer... Gehant! wo war ich weiss 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 racker racker kleiner racker oh nein weg mit dir oh Pils gefördert übernimmt die Tore wird Pils gefördert und ich exportieren diesmal kein Dach auf überall zu exportieren nein ich will nicht Pisse 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 verstehe letztes Wort Pils gefördert ich komme keine Sorge auf dich diesmal nicht ich glaube ich bin tapferig auf der Spur sammle du einfach weiter Bomben verdammte Verräter aber wir nehmen ihre Bomben und setzen sie ein um die Kobolde endgültig zu befreien es hat sich ausgefüllt ich hack auf hier rum bis du kleiner bist als echt ich werde dich heim suchen wenn ich kann das das waren wir hier schon haben wir den Kobolde einfach beide ignoriert gerade hopp ich bin runter gehobt Pils gefördert regelt wie immer halt ich bin auf Loot Touren er ist auf Mörder Touren ja er wurde gemüttert oh nein nein alles klar Junge da drüben drüber ok dann gehen wir da drüben rüber du bist zu Loot oder kleiner ich bin auf Mörder ich bin auf Mörder ich bin auf Mörder noch ein letzter versuch als der versuch nur grüne sachen täglich soll ich denn mit weiß kann ich schon liegen lassen meine letzten worte wo ist der kleine eingeworfen schnell nehmen was da ist und raus aus der explosion das verbotene wort doppel loot ich gleich verkaufen gehen wieder alles gut ist mal wie viel platz haben wir noch ein bisschen platz haben wir noch jetzt haben sie mich schon überall hin geschickt dass ich die kleinen Loots finde keine Loots nein da war ich auch noch nie auch die tatze wenn er leute sah doch was dann geschah er fraß im dorf die katze die dichte schrecklichste schlimmste wir sind dann nicht vollgelotet das ist die episode vorbei was ich wieder das ist ein paar da war ein bisschen extrem wusste war Da kommen wir dann noch rein. Alles für nichts. Ich treffe nicht mal die Hüter. Wenn sie mich dann treffen würde. Ich treffe auch nicht anscheinend. Mach die kleinen Vögel weg. Lass mal die kleinen Vögel das regeln. Ich will schauen, ob die Vögel das schaffen. Jetzt doch. Okay, okay. Er machte null Schaden. Completely worthless. Completely worthless. Das wird gleich verkauft, das Teil. Das war es nicht wert. Wir sind hier bei den Automaten. Perfekter Weg, um zu verkaufen alles. Ohne Episode zu behenden. Wir sind bei 20 Minuten. Perfekt. Perfekt geplant. Peace out. mit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020